Dieses Jahr 2011, ja, das ist ja der absolute Hammer. Also man kann sich eben wirklich vorstellen, dass dieses 2011 das Jahr war, weshalb das Jahr vor 2012 gewesen ist. Jetzt haben wir also ein Erdbeben gehabt in Japan, Atomkatastrophe, die nächste Bankenkrise kommt daher, es geht drunter und drüber, aber es gab eben auch ein sehr erfreuliches Drunter und Drüber, nämlich, dass zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder erfolgreiche Revolutionen stattgefunden haben. Das finde ich auf alle Fälle sehr erfreulich und, ich sage mal, der Tach Lida Square, der Liberation Square in Cairo, das ist ja praktisch der Stachus von Cairo, kann man sagen. Und bei denen hat es ja vielleicht auch ganz klein angefangen. Das Liefert-Jetzt-Spiel, das ist auf Englisch, weil es eben für die Ägypter ist und nachdem ich jetzt, das nächste, wo ich mir gedacht habe, das können sie etwas besser als Deutsch, ist wahrscheinlich Englisch. Das habe ich geschrieben in dieser Nacht, als diese Mubarak-Schergen den Tag wir angegriffen haben. Ich weiß, ob ihr euch an die Bilder erinnert, wo die mit diesem Kamel da, dieses Kamel unglaublich, ja, diesen Platz gestürmt haben. Und dann eben diese wunderschönen, eisernen Barrikaden aufgebaut worden sind und es hat hin und her gewogt und dann irgendwann war es auf Al Jazeera am Internet dabei. Es sind die Kameras ausgegangen, weil das Mubarak-Regime, also die Kameras, eine nach der anderen rausgefunden hat, wo die stehen aufgrund der Filmwinkel. Und dann hat man halt nicht gewusst, ob am nächsten Tag da praktisch mal ein Massaker vorfindet, wenn die Sonne über Kairo aufgeht oder halt nicht. Und wie man weiß, oder halt nicht. Und der Mubarak war dann 14 Tage später weg. Und dieses Lied habe ich dann sehr schnell aufgenommen, habe es über YouTube und Facebook und Twitter gleich hinausgekaut und dann haben es tatsächlich auch ägyptische Aktivisten leider vertwittert. Und war also mein erster Hit in Ägypten. Da hat man unter anderem einen Artikel in der Neuen Züricher Zeitung eingebracht und in der Bild Thüringen. Ist die Länder da, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich darf das. Ich darf das. Also, ich darf das. Remember this day So far away like 1990 We were millions strong Singing the song of a century Without fear Tag rie, tag rie Liberation square Masses of people Defend your right Liberation square Everything I write Liberation square Everything I write in Liberation square Everything I write in Liberation square Global Cairo nightlights Liberation square On fire A new morning Over Arabia As you stand your ground Stand your ground Tag rie, tag rie Liberation square Masses of people Tag rie, tag rie Liberation square Dancing through the night But then came the horses Then came the whips And the knives And the guns And the cops There were people Crying People dying Iron barricades Springing up Tag rie, tag rie Liberation square Under attack Tag rie, tag rie Liberation square Beautiful Egyptian youth Fighting back Global Cairo nightlights Liberation square On fire The world wide web Is praying for you As you stand your ground Defend your ground Tag rie, tag rie Liberation square Masses of people Tag rie, tag rie Liberation square On rooftops In the streets And underground 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 Confusion in the pentagon Riot cops Stone after stone Molotov cocktails Gunfire And medicine Our hero ladies Fighting on Tanks in tears Hair in the storm And one muslim brother Is telling another Quite openly You and me My love You and me My love Global Cairo nightlights Liberation square On fire A new morning Over Arabia As you stand your ground Expand your ground Tag rie, tag rie Liberation square Masses of people Tag rie, tag rie Liberation square Happy street kids Everywhere Tag rie, tag rie Liberation square Workers and students Tag rie, tag rie Liberation square Liberation square Everywhere Everywhere Vielen Dank.